Ich möchte euch ganz herzlich zu diesem Osterkurs begrüßen. Es ist ja schon ein etwas anderer Kurs als normalerweise. Aber eins möchte ich doch genauso machen, wie ich es sonst auch immer mache, am Anfang am Kurs, und zwar die Devas einladen, die lichten Wesen einladen, deren Unterstützung wir vielleicht momentan besonders dringend auch gebrauchen können. Ja. 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 gewesen, dass durch diese Corona-Krise öffentliche Veranstaltungen ja nicht mehr möglich waren. Ja, und dann ist aber auch sofort der Gedanke hochgekommen, es ist so schade, den Kurs auch abzusagen. Es ist so eine feste Institution auch geworden, der Osterkurs im Buddha-Haus. Und ja, und dann ist natürlich auch so, nach und nach auch so die Energie entstanden, dass man ja auch online was anbieten kann. Ja, und so, irgendwann ist es dann auch zu uns vorgedrungen, in die Meta-Bihara, und dass man auch online was anbieten könnte. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir hier langsames Internet haben, sodass ein Livestream eben nicht möglich ist. Sodass wir jetzt das ganze Zeitversetzt sozusagen präsentieren werden. Und ihr aber ganz normal, wie beim ganz regulären Osterkurs am Gründonnerstag, ja, den Vortrag anhören könnt. Ich bin sehr dankbar, dass es uns möglich ist, dass wir das machen. Ich bin vor allem auch dir sehr dankbar, Tanja, dass du das so gut mitorganisiert hast. Und ja, auch sozusagen das Know-how, auch dir erworben hast. Ganz toll ist auch, dass der Ron uns so toll unterstützen wird. Und er wird das hochladen, die Vorträge und die Meditationen und die Einführungen in die Meditation. Ja, und auch vielen Dank auch an euch, dass ihr da seid. Kleine Gruppe hier. Wir sind hier in der Meta-Bihara, es ist eine kleine Gruppe, die da ist. Und es ist natürlich schön, dass ich doch auch zu ein paar Menschen auch live sprechen kann und nicht nur in die Kamera rein sprechen muss. Also es tut auch gut, also schön, eine kleine Gruppe, aber eine tolle Gruppe. Es ist schön, dass ihr auch da seid. Vielen Dank auch dafür. Auch vielen Dank auch ins Buddha-Haus-Team und an den Vorstand und auch an meine Schwester, die Claudia, die alle da mitgewirkt haben, dass das eben jetzt so zustande kommt. Und dieser Kurs und dass eben auch die Leute davon erfahren haben. Das ist ja auch was Wichtiges. Es ist natürlich schön, jetzt auch so einen Kurs zu machen, aber wenn es niemand weiß, ist es auch okay irgendwo. Aber schöner ist, wenn auch die Leute es vielleicht auch mitkriegen und daran teilnehmen können. Und das ist schon auch, muss ich sagen, eine große Freude, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, den Kurs tatsächlich zu Hause auch mitzumachen. Wir haben gedacht, es ist schön natürlich, wenn ihr das ganz mitmachen könnt, wenn ihr wirklich auch euch Zeit dafür nehmt und vielleicht auch den Raum dafür habt, den Kurs ganz mitzumachen. Aber wenn das für euch nicht möglich ist und ihr nur teilweise mitmachen könnt, ist es natürlich auch total okay. Also schaut für euch, wie es für euch möglich ist und versucht so gut wie möglich auch mitzumachen. Und das ist auch ein schöner Gedanke und ein schönes Gefühl zu wissen, dass wir jetzt hier mit vielen Menschen auch verbunden sind, die jetzt auch praktizieren und meditieren und die Vorträge anhören und dass wir da verbunden sind. Und dieses Gefühl, Sangha-Gefühle auch zu haben, das ist, denke ich, auch etwas ganz, ganz Wertvolles und ganz, ganz Schönes. Und das, ja, als ich heute Nachmittag so mich ein bisschen auf den Kurs vorbereitet habe und als der Gedanke dann auch so da war, Mensch, ich bin ja jetzt gleich heute Abend mit ganz, ganz vielen Menschen verbunden oder wir sind mit ganz vielen Menschen verbunden, das ist ja auch etwas, ja, etwas Sensationelles, kann man nur sagen, also ganz toll auch, dass es dieses Internet gibt. Ich bin normalerweise, ja, diejenigen, die bei mir in den Kursen sind, die wissen das ja, ich bin normal nicht so ein großer Freund von dieser Technik und von dieser, ja, dieser Bapancha-Welt, aber wie immer, es kommt immer darauf an, was man mit den jeweiligen Dingen macht. Es gibt nicht grundsätzlich was Gutes oder was Schlechtes, sondern es kommt immer darauf an, wofür wir es verwenden. Wenn wir es für was Gutes verwenden und, ja, das Dhamma, die Lehre des Buddha in die Welt bringen, ist natürlich ganz, ganz was Schönes und was Wertvolles. Ja, eine besondere Zeit, in der wir uns befinden, ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, mir kommt es immer so ein bisschen surreal vor, diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, also ich kann es gar nicht so genau erfassen, was passiert denn da gerade, also es scheint alles so unwirklich auch zu sein, auf einmal kann man nicht mehr mit anderen Leuten zusammen sein, auf einmal sind viele Dinge gar nicht mehr möglich, man muss, man muss zu Hause bleiben, man muss, ja, innehalten, ja, es gibt viele, viele Interpretationen, was das alles bedeuten kann, es gibt natürlich auch von Verschwörungstheorien bis hin zu, dass es eine riesengroße Chance für die Menschheit ist und eine Gnade, so habe ich vor kurzem auch gehört, eine Gnade auch ist, dass dieses Virus auch sozusagen gekommen ist, um uns, ja, vielleicht einmal innehalten zu lassen, also mal ein bisschen runterkommen lässt, ein bisschen rauskommen lässt aus diesem Rad, in dem wir uns die letzten Jahre oder Jahrzehnte befunden haben, und dieses Rad, das ja so an Geschwindigkeit zugenommen hat, dass ja die meisten Menschen fast nicht mehr mitkommen und nur noch irgendwie schauen, dass sie irgendwie über die Runden kommen, ja, und jetzt auf einmal Zeit innehalten, nochmal die Möglichkeit, sich vielleicht auch Fragen zu stellen, Fragen, die sonst normalerweise überhaupt nicht mehr hochkommen oder keinen Platz mehr haben, dass sie hochkommen können, weil wir ganz einfach so getrieben sind und so wenig Zeit haben und so die ganze Zeit schauen müssen, dass wir irgendwie hinterherkommen, dass ganz einfach diese, ja, bedeutenden Fragen, diese lebenswichtigen Fragen keinen Platz mehr haben, keine Zeit mehr haben. Um was geht es denn eigentlich, wäre die Frage, um was geht es denn eigentlich in einem menschlichen Leben, um was geht es denn bei mir selbst, um was geht es denn in der Gemeinschaft der Menschen, um was geht es denn in der Schöpfung. Und das ist schon etwas, wo momentan tatsächlich eine große Chance vorhanden ist, dass wir diese Möglichkeit haben, dieses Innehalten. Ja, es wird wahrscheinlich unterschiedlich erlebt, manche fühlen sich natürlich auch ausgebremst, manche Menschen kommen wahrscheinlich auch ziemlich unter Druck. Bei manchen Menschen, denke ich, kommen auch Ängste hoch, Existenzängste hoch. Wie geht es weiter? Können wir das wieder aufholen, was wir momentan alles verloren haben? Ich möchte fast sagen, hoffentlich können wir es nicht mehr aufholen. Hoffentlich nehmen wir tatsächlich diese Chance wahr und verändern was in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Weil, wenn wir uns vielleicht erinnern an die Zeit vor dem Coronavirus, da war ja die Welt auch schon in einer totalen Schräglage. Es ist jetzt nicht ganz was Neues, dass wir jetzt eine besonders schwierige Zeit haben, sondern es war ja auch vorher schon ganz herausfordernde oder bedenkenswerte Situation, in der wir uns befunden haben. Vor dieser Krise war zum Beispiel das Thema Klimaerwährung oder Klimakatastrophe war sehr, sehr dominant, sehr, sehr prägend. Es ist momentan eher wieder ein bisschen in den Hintergrund gegangen, aber es wird mit Sicherheit auch wieder in den Vordergrund kommen, weil es ganz einfach uns, ja, betrifft und uns wachrütteln muss. Manchmal wird gesagt, wir haben immer viel Zeit, um eine Umkehr sozusagen hinzubringen. Eine Umkehr von was zu was, das sind ja die Fragen, die wir uns stellen können. Ist es tatsächlich so ungut oder so destruktiv, so Leid erzeugen, so Stress erzeugen, dieses Leben, dass wir uns sozusagen angeeignet haben, dass wir uns gewählt haben? Was können wir aus dem Leben vielleicht auch als Gutes mitverwenden, um uns in was Neues, in was Heilsameres, in was Friedlicheres, in was Mitfühlenderes, in was Liebevolleres hineinzuentwickeln? Aya Kema hat in ihrem letzten Meditationskurs, den sie gegeben hat, das war 1997, das Thema, »Gerhard Mystik ist kein Mysterium«, und sie hat dann als Einleitung zu diesem Kurs einen Ausspruch von einem christlichen Lehrer verwendet, Karl Rahner, der gesagt hatte, »Wenn der Mensch des 21. Jahrhunderts, oder wenn der Christ des 21. Jahrhunderts kein Mystiker sein wird, dann wird er gar nicht mehr sein.« Aya Kema hat das dann umformuliert und hat gesagt, »Wenn der Mensch des 21. Jahrhunderts kein Mystiker sein wird, dann wird er gar nicht mehr sein.« Und sie hat dann gesagt, »Ja, wir haben jetzt noch drei Jahre, dann fängt das 21. Jahrhundert an.« Was machen wir mit den drei Jahren? Ja, inzwischen ist die Zeit fortgeschritten, wir sind jetzt im Jahr 2020, wir sind 23 Jahre später dran, wir sind jetzt 20 Jahre schon in diesem neuen Zeitalter, in dem 21. Jahrhundert, und man könnte sich fragen, was hat sich denn geändert? Hat sich wirklich was verändert seit dieser Zeit, seit diesem Meditationskurs, »Mystiker ist kein Mysterium«? Sind wir Mystiker geworden? Oder was bedeutet das vielleicht auch überhaupt? Was ist ein Mystiker? Was ist damit gemeint? Und ich denke, Mystiker ist vor allem jemand, der im Einklang mit den Naturgesetzen lebt, der im Einklang mit Mutter Erde lebt, ein Mystiker ist jemand, der vielleicht nicht das Leid in der Welt vermehrt, sondern eher dafür sorgt, dass weniger Leid in der Welt verhandelt ist. Ein Mystiker ist jemand, der die Ich-Bezogenheit vielleicht etwas reduziert und nicht verstärkt. Und ein Mystiker ist vor allem jemand, der mit allem Sein verbunden ist, der das verstanden hat und vielleicht auch erlebt hat, dass wir eine Schöpfung sind. Und dass diese Separierungen, in der wir uns immer befinden, an die wir so absolut dran glauben, dass das eine Illusion ist, so wie es Buddha ja auch vor zweieinhalbtausend Jahren schon formuliert hat. Und dass das die Ursaal für all unser Leid ist, diese Anschauung, diese Meinung, dieses Fühlen, ich bin separiert und außerhalb von mir ist eine andere Welt und diese Welt muss ich irgendwie beherrschbar machen, kontrollierbar machen, muss ich mir irgendwie, so wie es in der Bibel sogar lautet, mir untertan machen. Also es sind ja so Ansätze oder Verhaltensweisen, wo man nur sagen kann, das kann ja nichts Heilsames dabei rauskommen, aus dieser Haltung, aus dieser Anschauung, aus diesen Fühlen auch. Ein Mystiker ist jemand, der mit allem Sein verbunden ist. Vielleicht besonders in der heutigen Zeit auch mit Mutter Erde verbunden ist, die so zu leiden hat, unser Verhalten, unser gierigen, ausbeuterischen, rücksichtslosen Verhalten, mit dem wir Mutter Erde begegnen, wo wir glauben, die Ressourcen sind unendlich vorhanden und wo wir glauben, dass alles, was wir an Umweltverschmutzung in die Wege leiten, dass das einfach so irgendwie schon irgendwie wieder in Ordnung kommen wird oder irgendwie wird es schon verkraftet werden von der Erde. Die hat doch bis jetzt immer auch funktionieren und hat doch immer uns versorgt und uns mit allem unterstützt, das wird doch immer so weitergehen. Und da eben zu erkennen, es wird nicht immer so weitergehen. Wir müssen da umkehren und ich denke, diese momentane Krise, in der wir uns befinden, ist so eine wunderbare Gelegenheit, da nochmal neu hinzuschauen. Um was geht es dann wirklich? Geht es tatsächlich darum, dass wir möglichst viel zum Konsumieren haben? Geht es tatsächlich darum, dass wir ein möglichst komfortables und bequemes Leben haben? Geht es tatsächlich darum, dass wir uns alles, was wir uns nur irgendwie ausdenken können, sofort bestellen können und geliefert bekommen? Geht es darum, dass wir möglichst viel Kontrolle haben, dass wir möglichst viel Macht haben? Um was geht es denn eigentlich? Geht es tatsächlich darum, dass wir uns vielleicht immer mehr in der Welt verlieren, in dieser Papancha-Welt verlieren, in dieser Konsumwelt verlieren, in dieser Stresswelt, die immer schneller und schneller wird? Geht es tatsächlich darum, in einer Welt, wo, ja, die Börse vielleicht das Sagen hat, uns dominieren, wo es nur um Gewinnmaximierung geht und dadurch natürlich alles auch dementsprechend beeinflusst ist? Wie kommen wir raus aus dieser Art Leben, aus diesem Getriebensein? Momentan haben wir die Chance, uns vielleicht die Fragen zu stellen, die zu stellen sind, wie kommen wir da raus und mit was wollen wir es ersetzen? Wie wollen wir umkehren? Und was ist tatsächlich der Sinn des Lebens? Um was geht es denn im Leben? Und ich denke, das ist eine relativ einfache Antwort, um was es im Leben geht. Wir wollen doch alle glücklich und zufrieden sein. Das ist doch, um was es geht. Glücklich und zufrieden sein. Wo findet dieses Glücklichsein und dieses Zufriedensein statt? Das ist doch immer wieder im eigenen Herzen zu finden, dieses Glücklichsein und Zufriedensein. Also wäre doch die naheliegendste Frage, wie kann ich eine Situation schaffen, die mich dabei unterstützt, in mein Herz zu kommen? Ist die Situation, in der wir uns befinden momentan, ist die tatsächlich dafür geeignet, zu uns zu kommen, in das eigene Herz reinzukommen, in mich reinzukommen? Wo Jesus gesagt hat, das Himmelreich liegt in euch. Wie oft bin ich in mir? Wie oft habe ich den Zugang? Ja. Oder wie oft habe ich keine Zeit dafür, zu mir zu kommen, im wahrsten Sinn des Wortes? Mein Herz zu spüren. Das Innerste vielleicht von meinem Herzen zu entdecken, da wo tatsächlich Glück und Frieden zu finden ist. Auch das ist etwas, was einen Mystiker ausmacht. Ein Mystiker weiß, um diese Wahrheit. Ein Mystiker weiß, wo das Glück zu finden ist, die Zufriedenheit zu finden ist, Glückseligkeit zu finden ist. Es ist immer im eigenen Herzen zu finden. Haben wir den Zugang zu unserem Herzen vergessen? Bei vielen Menschen, denke ich, ist es inzwischen so, dass wir den Zugang vergessen haben. Es war ganz interessant, vor ein paar Tagen, vielleicht so zehn Tage oder was, war ein ganz bemerkenswerter Vortrag auch vom Papst Franziskus. Und es war interessant, dass er eigentlich auch was Ähnliches angesprochen hat. Eigentlich so ein bisschen anders formuliert, aber auch so, um was geht es denn eigentlich im Leben? Und er hat ein Gleichnis aus der Bibel verwendet, wo Jesus mit seinen Jüngern über einen See gefahren ist und ein Sturm kam rauf. Und die Jünger haben Angst bekommen, wegen diesem Sturm und wegen diesem Unwetter. Und Jesus war am Ende des Bootes gelegen und hat geschlafen. Also scheinbar war er da relativ unbekümmert. Und die Jünger, die waren außer sich vor Angst und haben dann in ihrer Not natürlich den Jesus aufgeweckt und ihn gebeten, dass er da eingreifen möge, dass er das Ganze beschwichtigen möge oder dass er ihnen helfen möge. Und Jesus sagt dann zu ihnen, und das ist bemerkenswerter Ausspruch, warum habt ihr Angst? Habt ihr keinen Glauben? Also tatsächlich auch etwas, was ich jetzt vielleicht gerade ein bisschen anders formuliert habe, habt ihr den Zugang zu eurem Herzen verloren? Oder hier, eben, habt ihr keinen Glauben? Habt ihr kein Vertrauen mehr? Habt ihr das verloren? Habt ihr das vergessen? Vielleicht auch eine Frage, die wir uns stellen können. Wir würden es vielleicht in unserer Tradition nicht mit Glauben übersetzen, dass wir den Glauben verloren haben, aber vielleicht mit Vertrauen zu unserem inneren Sein. In verschiedenen spirituellen Traditionen wird immer wieder Folgendes gesagt, unser wahres Sein ist reines, klares Licht oder der Zustand unseres Herzens, der ursprüngliche Zustand unseres Herzens ist reines, klares Licht. Durch hinzugekommenen Trübungen ist dieser Zustand verdeckt. Also, durch diese hinzugekommenen Trübungen könnte man vielleicht auch sagen, haben wir unseren wahren Zustand vergessen. Und der Weg eines Mystikers besteht darin, sich wieder an den wahren Zustand auch zu erinnern, wieder den Weg aufzunehmen, aufzunehmen, sich wieder zurück zu erinnern oder wieder an das wahre Sein zu erinnern, das im eigenen Herzen zu finden ist. Vielleicht eine Frage, die wir uns alle stellen können, gerade in dieser Zeit. Und da ist ja der Titel dieses Kurses auch besonders bemerkenswert. In was für einer Welt wollen wir leben? Man kann es natürlich auch auf die Innenwelt beziehen und natürlich auch auf die Außenwelt beziehen. In was für einer Welt möchte ich leben? Möchte ich tatsächlich weiter in dieser Stresswelt leben, in der wir uns vor der Corona-Krise befunden haben? Oder möchte ich in einer anderen Welt leben? Und wie könnte diese andere Welt ausschauen? Wie könnte die äußerlich ausschauen und wie könnte die innerlich ausschauen? Ist es tatsächlich möglich, vielleicht ist es vertrauensam oder den Glaubensam, ist es tatsächlich möglich, in mir auch Frieden und Glückseligkeit zu finden? Ist es tatsächlich möglich, eine äußere Situation zu schaffen, die uns dabei unterstützt, einmal da zu sein, anzukommen im gegenwärtigen Moment und bei uns, wie es so schön ausgedrückt wird, im Hier und Jetzt anzukommen? Oder vielleicht noch mal ein bisschen anders ausgedrückt, was würden wir uns, denke ich, alle wünschen, es ist doch ein erfülltes Leben zu haben. Wie kann ein erfülltes Leben ausschauen? Wo können wir ein erfülltes Leben finden? Wann findet denn Leben statt? Und da ist ja auch eine relativ einfache Antwort, Leben findet immer nur im gegenwärtigen Moment statt, im Hier und Jetzt. Wenn wir also ein erfülltes Leben suchen, ist es eigentlich eine logische Konsequente oder eine logische Schlussfolgerung, uns eine Situation zu schaffen, wo wir möglichst oft unterstützt werden, in das Hier und Jetzt zu kommen. Und da wieder die Frage, ist die Gesellschaft, wie sie sozusagen sich etabliert hat, wie sie sich die letzten Jahre geformt hat, ist sie tatsächlich geeignet, um uns in das Hier und Jetzt zu bringen? Da, wo das Leben zu erleben ist, wo das Leben stattfindet, um uns vielleicht auch bewusst zu machen, ein erfülltes Leben kann nur dann stattfinden, wenn wir auch im Leben ankommen. Und das Leben ist jetzt. Also wäre ja zum Beispiel, wäre eine wichtige Frage, wie können wir eine äußere Situation schaffen, die uns dabei unterstützt, in den gegenwärtigen Moment zu kommen. In der buddhistischen Lehre wird es Achtsamkeitspraxis genannt. Es ist inzwischen relativ bekannt geworden, die Achtsamkeitspraxis. Zumindest in gewissen Kreisen, in psychotherapeutischen Kreisen, im Gesundheitswesen etwas, natürlich in spirituellen Kreisen, ist die Achtsamkeitspraxis ein wichtiger Bestandteil. Achtsamkeitspraxis bedeutet nichts anderes, als ein Training aufzunehmen oder eine Lebensgestaltung vorzunehmen, die uns dabei unterstützt, immer wieder im gegenwärtigen Moment anzukommen. Die uns dabei unterstützt, immer wieder bei uns selbst anzukommen. Die uns dabei unterstützt, im Leben anzukommen. Sodass wir auch die Chance haben, ein erfülltes Leben zu bekommen. Ja, wenn wir diese Krise, in der wir uns momentan befinden, als Chance auch betrachten, könnte eben eine Frage auch lauten, wie können wir eine äußere Situation schaffen? Wie können wir die Welt umgestalten? So, dass es uns in den gegenwärtigen Moment führt. Ich denke, was als Antwort wahrscheinlich relativ schnell hochkommen wird, ist, dass das eine einfachere Welt sein muss. Dass das nicht so eine komplizierte Welt sein darf, wo wir immer wieder verloren gehen. Dass es eine natürlichere Welt sein muss, wo uns vielleicht diese Natürlichkeit dabei unterstützt, in den gegenwärtigen Moment in einen natürlichen Zustand aufzukommen. Wie gut sind wir noch mit der Natur verbunden? Wie natürlich sind wir noch? Oder wie künstlich sind wir inzwischen geworden? Auch ein großes Thema momentan, all der Kunststoff, der uns überschwemmt und der die Umwelt verschmutzt. wo wir auch einen Weg finden müssen, aus dieser künstlichen Kunststoffwelt vielleicht uns rauszugegeben. Fragen, die jetzt möglich sind, zu stellen. Fragen, die allerdings auch nicht ganz neu sind. Fragen, die der Buddha auch schon vor zweieinhalbtausend Jahren beantwortet hat. Auch vor zweieinhalbtausend Jahren gab es schon eine gewisse Geschäftigkeit in der Linnengüter-Lehre. Sprich, der Buddha davon nicht so geschäftig, einfach sei das Leben. Der Buddha wurde ja oft als der große Arzt auch bezeichnet. Und das damals eine Lehre wurde ja oft als die große Medizin bezeichnet. Ist vielleicht ganz passend für die jetzige Zeit, wo wir auch diese Krankheit haben und wo es vielleicht auch darum geht, zu untersuchen, was will uns diese Krankheit sagen oder was ist die Ursache dieser Krankheit. Es ist ja auch wichtig, dass wir die Ursache einer Krankheit auch erkennen, damit wir auch was unternehmen können. Und das ist vielleicht auch etwas ganz Besonderes, dass der Buddha tatsächlich die Fähigkeit hatte, die Ursache für alle Krankheiten auch zu benennen. Das wird das Thema sein dieses Kurses auch, die bedingte Entstehungskette. Das ist die zweite edle Wahrheit, die bedingte Entstehungskette, wo erklärt wurde vom Buddha, wie Leiden immer wieder entsteht, wie diese Krankheit, in der wir uns befinden, immer wieder entsteht. Das können wir auch momentan, den momentanen Zustand, in dem wir uns befinden, ist ja tatsächlich auch sehr offensichtlich eine Krankheit. Aber nicht nur dieser Coronavirus, wenn wir den betrachten, sondern überhaupt unsere Situationen, die wir uns momentan befinden. Und was ist die Ursache für diese schwierige Situationen, die wir uns befinden? Und das ist eben das Geniale, dass Buddha das tatsächlich entdeckt hat, aufgedeckt hat, was die Ursache für alle unsere Probleme, für all unser Leiden ist. Und er die Fähigkeit hatte, das im Detail auch darzulegen, in dieser bedingten Entstehungskette auch darzulegen, die wir in diesem Kurs auch besprechen werden. Und wie durch dieses Erkennen von der Ursache, vom Leiden, dann auch ein Weg sich für uns auftut, wie wir aus diesem Leiden auch rauskommen können. Ein großes Geschenk, das Buddha uns da vor über zweieinhalbtausend Jahren gemacht hat, das wir natürlich vielleicht in der heutigen Zeit besonders dringend auch anwenden können und verwenden können, gerade im Hinblick auf Krankheit. Bedingte Entstehung, die als Ursache wieder diese falsche Anschauung hat, diese falsche Sicht, diese falsche Betrachtung, diese falsche Annahme, dass wir ein separiertes, eigenständiges System sind, das wir Ich nennen, dass wir getrennt sind von der Welt und dass wir versuchen, natürlich durch diese Anschauung, dieses System einigermaßen sozusagen aufrecht zu erhalten oder zu unterstützen oder zu abzusichern, stabil zu machen, zu kontrollieren, wo natürlich sofort auch Angst damit verbunden ist, weil dieses System oder dieser Zustand oder diese Annahme, die wir Ich nennen, natürlich vergänglich ist, eine der ganz großen und wichtigen Aussagen, die Buddha getätigt hat. Und wir wissen das alle, dass wir vergänglich sind, wir wissen es alle, dass ja nicht nur am Lebensende das große Loslassen stattfindet, sondern wir wissen alle, dass im Endeffekt jeden Augenblick auch Loslassen stattfindet. Und wir können da auch erkennen, dass es uns oft nicht passt, dass wir uns oft dagegen auflehnen, dass wir oft versuchen, Dinge festzuhalten, stabil zu machen, sicher zu machen, zu kontrollieren. Und das ist vielleicht auch momentan eine besonders tiefe Einsichtsmöglichkeit, die wir haben, dass wir, auch wenn wir uns noch so bemühen, momentan eine Zeit haben, wo sich Dinge dermaßen schnell verändern, wo wir uns nie vorstellen hätten können. Auf einmal, innerhalb von einem Monat oder innerhalb von zwei Monaten ist die Welt eine vollkommen andere geworden. eine Welt, wo wir tatsächlich nicht genau wissen, wie es weitergehen wird. Und man denkt, hoffentlich hält es noch etwas an, dieses Innehalten, dieses Nachdenken, dieses Reflektieren, hoffentlich geht es nicht so schnell wieder zurück in das alte Gefahrwasser. Und gleichzeitig auch so eine innere Tendenz, dass wir schon auch wieder in gewohnte Bahnen zurück wollen, in gewohnte Sicherheiten zurück wollen, weil natürlich diese Situationen, die wir uns befinden, auch mit Angst natürlich auch zu tun hat. Angst, wie wird es weitergehen? Angst, wie wird meine Gesundheit auch? Ist die stabil genug? Angst vor Ansteckung? Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes? Angst vor Existenz zu verlieren? Angst vor Insolvenz? Und gleichzeitig ist es aber auch etwas ganz Schönes auch zu sehen, dass obwohl sich die Welt radikal verändert hat, obwohl alles runtergefahren wurde und so zum Stillstand gekommen ist, dass es trotzdem irgendwie ganz gut weitergeht. Vielleicht sogar in manchen Bereichen sogar besser weitergeht. Also ich bin momentan jeden Tag glücklich, wenn ich zum Himmel hochschaue und den Himmel in reinen, klaren blau erkennen kann, ohne Kondensstreifen. das ist ein großes Geschenk, das da momentan auch stattfindet, sodass die Natur, man hat so das Gefühl, die Natur kann etwas durchatmen, kann sich etwas erholen. Auch die Natur kann etwas innehalten, kann sich ja etwas erholen. Möchte man das nicht der Natur auch noch mehr gönnen, dass sie sich wieder erholen kann? Ist es nicht höchste Zeit, dass sich die Natur auch wieder erholen kann, dass sie wieder regenerieren kann? Ist es nicht eh schon fünf nach zwölf und nicht fünf vor zwölf sind tatsächlich vielleicht Dinge, die schon soweit fortgeschritten sind noch reparabel? Wenn man jetzt momentan es mitbekommt, wie stark man sich verändern kann, wie stark Veränderung stattfinden kann, dann könnte man vielleicht die Antwort geben, ja, es ist noch möglich, ja, es ist noch möglich, dass wir sozusagen noch die Kurve kriegen, dass wir noch die Klima, ja, vielleicht Katastrophe oder die Klima Veränderung, die Klimaerwärmung, dass man die noch einigermaßen sozusagen im Griff haben können, ja, es ist möglich, wir müssen es nur machen, und das ist vielleicht auch so momentan so eine schöne Begleiterscheinung mit diesem Innehalten, das jetzt stattfindet, ja, es ist möglich, wenn wir es wollen, klar kann man sagen, das hängt von den Politikern ab, die müssen es auch wollen, aber ich denke, das hängt vor allem von jedem Einzelnen ab, ob wir es wollen, ob wir uns verändern wollen, ob wir umkehren wollen, ob wir einfach bescheidener leben wollen, oder ob wir diesen hohen Lebensstandard, an dem wir uns so gewöhnt haben, der uns so selbstverständlich erscheint, der so bequem ist, ob wir den auch bereit sind loszulassen, auch eine Frage, die ich mir die letzte Zeit immer wieder auch gestellt habe, wie kann eine Veränderung ausschauen, muss das tatsächlich so sein, dass es auch ganz einfach als naturverbundenes Leben hinausläuft, oder könnten wir vielleicht auch die Technik so entwickeln, dass es uns auch dabei unterstützt, in den gegenwärtigen Moment zu kommen, zu uns zu kommen, aber vielleicht auch dabei unterstützt, dass weniger Leid in die Welt kommt. Ist es tatsächlich und das ist schon eine ganz entscheidende Frage, ist es tatsächlich möglich, dass wir durch die alternativen Energieformen, wenn wir sie uns erschließen, dass wir tatsächlich dadurch eine Lebensgestaltung entwickeln können, die leidfrei ist. Oder kosten diese alternativen Energieformen doch auch wieder so so viele Ressourcen haben, so viele Ressourcen. Zum Beispiel die E-Mobilität, was ja momentan so eine große Hoffnung ist, dass wir dadurch vielleicht aus unserem Dilemma rauskommen. Gleichzeitig wissen wir ja auch, dass die Batterien natürlich auch einen hohen Preis Kosten, dass da auch Material verwendet wird, das sehr begrenzt vorhanden ist auf dieser Erde. Und da eben wieder die Frage, ist das dann noch richtig so, wie wir uns da entwickeln könnten? Und gleichzeitig aber auch die Frage, können wir uns wieder zurückentwickeln, so wie es ja, früher war, die gute alte Zeit, wo alles noch so einfach und so schön war, war die tatsächlich so schön, die gute alte Zeit, oder wird die oft auch verklärt? Ich bin ja auch jetzt inzwischen in einem Alter, wo man immer öfter auch mal von der guten alten Zeit spricht, von der Kindheit spricht, und das war schon noch eine ganz andere Zeit, es gab damals noch kein Telefon, also muss ich das mal vorstellen, es gab kein Fernseher, Radio gab es schon, es gab kaum Autos, es gab kein Plastik, auch, kann man sich gar nicht mal vorstellen, man hat aber auch ganz gut gelebt, ein Zimmer, es war so, ein Zimmer wurde geheizt, es war die Küche, da haben sich alle aufgehalten, haben sich alle zusammen gefunden, alles hat sich in der Küche abgespielt, das wurde, das war das Zimmer, das geheizt wurde, das war in fast allen Haushalten war es so, der gute alte Wamslerherd, mit dem man heizen konnte, mit dem man Wasser heiß machen konnte, mit dem man kochen konnte, also sehr effektiv natürlich, so eine Art der Energie, des Energieverbrauchs und auch eine schöne Art natürlich ein eigenes Feuer zu haben, sind schon vielleicht auch Elemente, an die wir uns wieder erinnern könnten, ist es tatsächlich notwendig, dass das ganze Haus immer warm ist, dass wir immer fließend warmes und kaltes Wasser haben, dass wir immer alles zur Verfügung haben, dass wir immer erreichbar sind, dass wir immer zu allem Zugang haben, zu allen Informationen in dieser Welt, ist es tatsächlich so wichtig, so geglückend oder wäre vielleicht doch ein einfaches Leben und gar keine so schlechte Alternative, aber da eben zu schauen, auch wie weit sind wir bereit, einfacher zu werden und da kann man durchaus auch sich bei der eigenen Nase nehmen und erkennen, es ist nicht so einfach, wenn man mal gewisse Gewohnheiten hat, wieder zu reduzieren, aber auch dafür ist momentan die Zeit da, auch sich darüber Gedanken zu machen, sich vielleicht auch die ein oder andere Gewohnheit abzugewöhnen und sich neue Gewohnheiten zuzulegen, was bei uns momentan total schön ist, dass wir seit ein paar Jahren einen eigenen Garten haben, dank dir, Christine und Mario und das ist gerade in der heutigen Zeit so was, finde ich so was ganz, ganz wertvolles, wo man das Gefühl hat, ja, das ist die Richtung, in die es gehen könnte, wieder das eigene Gemüse anbauen, Sachen wieder einmachen, dass man nicht irgendwelche Lieferwege in Anspruch nehmen muss, wo man dann das Gemüse oder das Obst aus, ja, was weiß Gott woher bekommen muss, also wieder regionaler werden, wieder zu uns zu kommen, auch hier wieder zu sich zu kommen, das eigene Gemüse auch zu essen, den Garten zu gehen, das Gemüse zu ernten, bei uns in der Meta-Vehara das Meta-Gemüse zu ernten und dann von Martina das Bekocht zu werden, ja, vielen Dank auch, das ist was Beglückendes, das eigene Brot zu backen, das ist was Beglückendes, das sind vielleicht diese einfachen Dinge auch, zu denen wir auch wieder zurückkehren können, auch gerade in so einer Zeit wie der momentanen Zeit, wo wir auch vielleicht auch mal Zeit anbrot zu backen oder am Garten anzulegen und gleichzeitig ist es schon auch so eine Frage, die ich mir dann auch wieder stelle, was sollen die ganzen Menschen in der Stadt machen, die haben ja nicht alle am Garten, ja klar, die können vielleicht am Balkon, wenn sie einen Balkon haben, auch ein paar Kräuter anbauen oder Tomaten anbauen, eine alte Indianerweise, von der Hopi-Indianer war, eine Lebensgemeinschaft mit mehr als 3000 Menschen, ist nicht mehr lebenswert, wenn man heutzutage die Städte anschaut, es sind natürlich mehr wie 3000 Menschen, die da leben, wobei manche Städte, hat man das Gefühl, sind schon auch noch lebenswert, wenn genügend Natur auch da ist, aber in manchen Städten kann man schon sagen, das ist nicht mehr lebenswert, wie die geworden sind, aber was macht man, ist für über 7 Milliarden Menschen ist genügend Land da, sodass jeder seinen eigenen Garten haben kann, es sind so Fragen, wie können wir das umsetzen, auch Ernährung ist natürlich ein großes Thema, wird alles auf uns zukommen, ist es möglich, tatsächlich immer Fleisch zu essen, wo man wahnsinnig viel Energie dafür verbraucht, oder wäre es eine sinnvolle vegetarische Ernährung, wo man wesentlich mehr Menschen versorgen könnte, mit weniger Energieaufwand, es werden auch Fragen sein, da traut sich es immer gar nicht so ansprechen, aber es werden Fragen sein, die auf uns zukommen, wo vielleicht auch momentan auch eine Zeit ist, wo man darüber nachdenken kann, in was für einer Welt wollen wir leben, in einer Welt, wo wir Massentierhaltung haben, ist das die Welt, wie wir sie uns vorstellen, wo alles immer einen Nutzen haben muss, Nutzwald, Fichte-Monokultur, es muss sich rentieren, es muss genutzt werden, ist das eine Natur, wie wir sie uns vorstellen, ich denke, momentan ist es so offensichtlich, die Fichte-Monokultur wird nicht überleben, es wird sich vieles verändern, es wird sich vieles verändern. Ja, vielleicht ein erster Impuls für euch auch zu Hause, für uns natürlich hier auch, Fragen, die wir uns stellen können, wo wir selber auch rein spüren können, es wird jetzt kein Kurs sein, wo ich die ganzen Fragen beantworten werde und vorgeben werde, wie jetzt das Leben zu gestalten ist, natürlich versuchen wir hier in der Meta Bihara schon auch, diese Vorbilder auch zu sein, eine Lebensgestaltung auch zu leben, wo man dann auch vielleicht so Impulse geben kann oder vielleicht ein Beispiel auch sein kann, wo man dann auch was von sich geben kann und nicht nur irgendwie drüber spricht, dass sich was verändern muss und dass man es tatsächlich auch lebt. Also das ist schon auch ein Ansatz, den wir hier versuchen umzusetzen. Aber gleichzeitig natürlich auch an euch zu Hause wie schaut das aus? Ist eine Veränderung möglich? Es war ja jetzt auch möglich, den letzten Monat, dass sich alles verändert hat. Warum nicht einmal radikal auch denken? So, wenn wir jetzt wirklich auch so sozusagen grüne Wiese hätten. Also wir haben uns die Möglichkeit, alles nochmal neu anzugehen. In was für einer Welt wollen wir leben? Und nicht, dann würde er sagen, ja ich kann nicht anders, es geht nicht anders, ich bin so in meinen Pflichten gefangen, ich bin so abhängig, ich bin so verpflichtet, ja. Es geht nicht anders. Jetzt geht es auch anders. vielleicht müssen wir das korrektiv auch mehr reinbringen, es geht doch anders, wir müssen es ja nur anders machen. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit irgendwie mit dem Flugzeug unterwegs sein. wir könnten ja auch wieder mehr regional produzieren, so dass wir nicht auf die Lieferketten von anderen Ländern angewiesen sind. Wir müssen ja nicht Exportweltmeister sein, so dass wir unseren Wohlstand auch aufrechterhalten können. Der Buddha wurde vor über 200.000 Jahren wurde ja schon Wachstumsvernichter bezeichnet. Wer hat einen Weg gelehrt, der in Einfachheit besteht, in Bescheidenheit auch, einfach sei das Leben. Aber nicht, und das ist das Wichtige vielleicht, nicht um unglücklich zu werden oder uns Dinge zu berauben, die uns vielleicht glücklich machen können, sondern ganz im Gegenteil, uns eine Situation zu schaffen, die tatsächlich uns ermöglicht, glücklich zu werden. Es wird nur eine Veränderung in der Welt geben können, wenn wir für das, was wir loslassen, was Besseres bekommen. Und das Bessere, das wir bekommen können, ist im eigenen Herzen zu finden. Es wartet auf uns. Wir müssen uns nur auf den Weg dahin machen. Und das wollen wir ja die nächsten Tage besprechen, diesen Weg, den wir da beschreiben können. Auf der einen Seite dieses Bedingte entstehen, wie Leid entsteht, aber eben auch einen überweltlich bedingten Entstehungsweg wollen wir kennenlernen, wie eben totales Glück auch entsteht. Ja, ich denke, das ist für den ersten Abend erstmal genug. Ich möchte jetzt noch ein paar organisatorische Dinge sagen. Und zwar gibt es ja auch für den Meditationskurs auch einen Tagesplan. Ihr könnt den Tagesplan bei uns auf der Webseite finden, Buddha House Webseite. Da ist ganz oben auf der Buddha House Webseite da sind drei Kacheln und da ist die linke Kachel, da vorne ist der Osterkurs. Und bei dem Osterkurs ist eben auch ein Tagesplan dabei. Dann werdet ihr jeden Tag auf dem YouTube-Kanal so habe ich mich informiert, eine Playlist vorfinden, wo der jeweilige Tag sozusagen die Elemente für diesen Tag vorhanden sind und die ihr dann anhand von dem Tagesplan zuordnen könnt. Da ist zum Beispiel Video 1, das wird eine Hineinführung in die Meditation sein. Video 2 wird ein Vortrag sein. Video 3 wird wieder eine Hineinführung sein oder Kontemplation. Und so ist es zugeordnet und das müsst ihr selber für euch machen. Ihr müsst es selber zuordnen. Ihr müsst es selber an der richtigen Zeit eben hören oder anschauen. Das ist die Aufgabe, die ihr habt. Vielleicht auch an der Stelle etwas, was ich schon vorwegnehmen möchte. Wir werden auch die Hineinführung in die Meditation, da werden wir die Kamera weiterlaufen lassen, sodass das sozusagen auch die stille Meditation auch mit aufgezeichnet wird. Das hat folgenden Grund, weil wenn ihr dann nicht sofort abschalten würdet nach der Hineinführung, sondern eigentlich schön weiter meditieren würdet, dann kommt der nächste Beitrag auf dem YouTube-Kanal. Und das kann vielleicht auch das nächste Element von unserer Playlist sein, aber das kann ganz was anderes auch sein. Und um dem vorzubeugen, haben wir uns eben ausgedacht, das geht irgendwie nicht anders, haben wir uns eben ausgedacht, dass wir dann auch die ganze Meditation auch aufzeigen, dann wird die Tanya wird dann auf den Buddha schwenken und dann habt ihr den Buddha als Bild zur Verfügung und das ist dann die Meditationszeit. Wir werden am Ende der Meditation wird es einen Gong geben und nach dem Gong werden wir noch etwas Zeit geben, sodass ihr ganz in Ruhe dann sozusagen das Gerät abschalten könnt. Dann wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir haben eine extra Internetadresse eingerichtet für Fragen, die lautet fragen at buddhahaus.de ist auch auf unserer Website zu finden, auch auf der Kachel zu finden, ist die Adresse auch zu finden. Dann haben wir auch noch, möchte man sehr, sehr gerne auch die Möglichkeit anbieten, gerade auch für die Menschen, die jemanden kennen, der unter dem Corona-Virus leidet oder krank geworden ist dadurch, dass ihr uns das mitteilen könnt. Und wir haben hier ein Corona-Buch vorm Altar, du kannst es gerade mal runter, zu mir ja, Corona-Buch vorm Altar, da würden wir all die Menschen reinschreiben, die eben gerade unter dieser Krankheit leiden, die davon betroffen sind. Ihr könnt uns natürlich auch Menschen schreiben, die andere Krankheit haben, aber vielleicht in dem Fall vielleicht besonders eben die Menschen, die den Virus haben oder die vielleicht dadurch gestorben sind. In unserem Bekanntenkreis ist jemand gestorben an dem Virus, wo ich auch noch mal tief betroffen war, wo ich manchmal auch gedacht habe, da wird ein bisschen zu viel drum rum gemacht, um das Ganze, es wird ein bisschen hoch gehypt, das Ganze. Aber wenn man dann im Bekannten- oder Freundeskreis jemanden erlebt oder mitbekommt, der daran gestorben ist, dann relativiert sich das auch. Und dann sind vielleicht die Maßnahmen, die auch momentan ergriffen worden sind, dann auch schon verständlicher. Aber wie auch immer, auch zu den Maßnahmen vielleicht noch mal, wir haben momentan eine Zeit, wo wir innehalten können, eine Zeit, die wir als Chance verwenden können. Und das muss vielleicht auch im Blick sein. Ich denke, ich habe jetzt alles erwähnt, was auf dem Tagesplan draufsteht. Wenn noch Fragen sind, dann stellt die bitte und ich werde es gerne beantworten. Wir werden jetzt eine kurze Pause machen und anschließend werden wir da eine Legende-Güte-Meditation zusammen machen. Das ist dann für den ersten Tag das zweite Element von der Playlist. Okay. Okay. du wie Vielen Dank.